Schwappt jetzt endlich auch nach Deutschland über. Ihr aktuelles und drittes Album Brave Enough, was so viel bedeutet wie stark genug, stieg direkt auf Platz 4 der Charts ein. Der aktuelle Hit hat im Netz, Internet, 9 Millionen Klicks und das ganz ohne Gesang. Klasse Musik, bei der sie die erste Geige spielt. Very welcome, Lindsey Stirling mit The Arena. Applaus Musik 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 Das war's. 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 Thank you so much.